Hat Kiki Klick nochmal von vorne gespielt, bis dahin und weiter zu machen? Das und vieles mehr. Erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Benni. Und Production Team. Nämlich, du hast uns wieder von der letzten Folge dahin gespielt, ja, wo wir eben, oder vorletzten Folge dahin, wo wir eben gestorben sind. Und den Fehler machen wir jetzt halt dann lieber nicht nochmal, weil... Ja, vielleicht schalten wir das erstmal aus. Gute Idee. Ja, dann mach mal aus. So, dann... Wir haben etwas die Fassung verloren. Jetzt... Ich weiß zwar nicht, was es bringt, dieses Wachs da rein zu stopfen, aber wir machen das jetzt mal ausgeschaltet. Ah ja. Gut, cool. Und jetzt kannst du das anschalten. Ja. Öffne die Kontrolltafel. Nein? Aha. Ja, aber jetzt kannst du die Maschine anmachen, meine ich. Welche Maschine? Die du gerade ausgeschaltet hast. Ach so. Weißt du, wir haben nur eine angeschaltete Maschine, das... Oh ja, okay, ja. Okay. Ah, ja, jetzt ist... Ja, gut. Tja, versuch's mal. Äh, oder vielleicht... Hm. Hm. Na gut, ich meine... Stuhl. Das ist echt laut hier drin. Ja, Mann. Habe ich jetzt das angemacht oder ausgemacht? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Ah. Okay. Es ist die Frage, was bewirkt ist. Aha, geh mal aufzugucken. Ja, ja. Ach, den? Ist das ein Aufzug? Nee, das ist kein Aufzug. Das ist, äh, Sicherheitswählen. Mhm. Also Lamps ist schon mal weg. Der Aufzug jetzt besser. Ja, gut, ich meine... Ja, ja, schon gut. Ah! Das hast du angemacht. Ja, sehr gut. Komm schon, Joey. Achso, letztes Mal haben wir auch gar nichts geöffnet. Das machen wir jetzt. Das ist sowas wie ein Twinkie mit Schokoladenfüllung. Von Superman? Mhm. Äh, ich glaube, Spanisch. Das ist Superman, den Superman-Fein trinke ich. Mit Schokofüllung. Guck mal, der Aufzug ist so groß. Man sieht den Kopf nicht mal. Okay. Hm, das riecht aber fein. Guck mal. Ah, Supermanisch. Mhm. Ein weiterer Keks, also Kuchen. Also, ne? Hm. So. Eine Skulptur. Oh, Kunst. Wenn das Kunst ist, dann muss ich etwas missen. Hm. Er weiß ja auch nicht, was er damit machen soll. Aber wir scheinen uns ja jetzt auf dem Boden zu befinden. Oh, nicht so schlecht. Ja, so rennen wir weiter unten. Mhm. Ach, da... Oh, jetzt sind wir hier oben. Ähä. Ding, 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 ding. Ja, wobei, eigentlich... Ich gehe wieder zurück, weil da waren diverse Läden, die ganz... Armadioi. Armadioi kommt gar nicht hinterher. Huch. Ah, Lamp. Ah, der ist auch door. Ah. Und wieder hoch. Hm, okay. Scheint sich ja hier frei bewegen zu können, ne? Ja, jetzt, wo wir den Aufzug repariert haben. Genau. Es ist Ankerversicherung. Ah. Mhm. Also, so. Außer. Oh, super. Das Geschäft läuft gut. Ja. Oh, cool. Nee. Nicht so richtig. Mhm. Mhm. Na dann. Was spannendes. Hallo. Hi. Mhm. Stan. Ja, sowas. A rogue robot policy. Äh. I've never heard of that before. It's a safeguard against the possibility of your robot turning on you. Das würde der niemals machen. Aha. Pff. Man sieht die Zähne von hier. Ja. Ja. Mhm. Oh, nein. Nein. Und analysiert die Komponente. Mhm. Ich will nicht, dass er meine Parten nicht mehr wachstragen, Herr Foster. Jetzt bin ich definitiv nicht interessiert. Ich sag dir was. Gehe Zeit, um es zu wieder zu denken. Mhm. Okay. Noch was? Kannst du mir helfen, um das Grundlevel zu bekommen? Ah. Was du brauchst, ist die Reise? Ah. Nein. Kannst du einen Ereise? Ja, klar. Ja, ja. Ja. Ja, gut. Ja, gut. I'll check the computer files. Do you know the first name? Uh, no. Do you know the address? Uh, no. Do you know what sex this person is? Well, presumably he's male. At last, we're getting somewhere. Now, what is his link status? I haven't a clue. Never mind. I'll try a search anyway. Name, Overman. Address, unknown. Sex, male, possibly. No, there's no Overman on my records. Do you have a client called Reich? Can't you get the information from Link? I prefer dealing with people. Let's get this straight. You'd rather talk to me than use a term. Yeah. Yes. Is there something wrong with that? Oh, no. We're going to get along fine, huh? Ha, 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 ha. Reich, huh? What's his first name? Oh, uh, it's on the tip of my tongue. Don't you said he was your friend? I've got hundreds of Reichs on my files. Hm. Good. Schon gut. Never mind. Dann gehen wir halt wieder. Was denkt Joey über ihn? Ach so. Hm. Ah. Can you interface with that computer, Joey? I could, if I wanted to. Ah. Hm. I'm asking you to do it. Correction. You're an order. Yeah, yeah, so good. Don't be pedantic. Just do it. What am I searching for? Anything on Overman for a start. This directory is a hopeless mess. I'm going to reorganize the hard drive. Okay. That's better. There's nothing on Overman, though. Hm. Use your welder on that statue, Joey. What for? That anchor could be useful. Ah. Okay. I'm always ready for a spot of welding. Na dann? Das wird aber nicht wollen, dann. Ne. Wahrscheinlich nicht. Hey! Get your robot away from my statue! Hm. The anchor is firmly... The anchor is firmly... Okay. Never mind. Na gut. Dann sind wir hier erstmal hier durch. Never mind. La 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 la. Travel co. Hmm. Gucken wir mal, was hier... Solo. Äh, what...! Ja gut. Hier gibts ne Menge zu sehen. A big female robot... With a welding torch. Häh? Auch gut. What a dump. I wouldn't want to go there. Oh. Ah. Hm? It's a wooden case with lots of little compartments. It's a wooden... They're all completely empty. Okay. Bigger than the one I had as a kid. I used to play with it for hours. Hm. Okay. Jetzt haben wir noch... ...den Mann. Mein Gott. Wenigstens mal die Füße vom Tisch. Ja. Sure. One of my luxury air coach tours. Coach travel makes me sick. Me too. I prefer to keep my wheels on the ground. What kind of tours do you offer? Well, there's a wide choice. The Grand City Tour. The Economy City Tour. And the Mystery Tour. The Mystery Tour. What's the difference between Grand and Economy? The economy tour is cheaper. Ah. Exactly the same itinerary, but less prestigious. Aha. What's the Mystery Tour? If I told you, it wouldn't be a mystery. Ah, ja, stimmt. How do I know it's not a rip-off? That's the chance you have to take. Hm. Hm. I'll take the Grand Tour. Hm. Just one tiny point. You'll need a decent wardrobe. Huh. These are all I've got. Perhaps if you'll move the coat. I'd rather not. Hm. Suit yourself. The Grand Tour is classy, see? Mm-hm. You'll be mixing with people of elegance and money. Mm-hm. All right. Forget the Grand Tour. Es gibt irgendwas Mysteriöses über was er darunter hat. Ja. Weil der andere wollte auch irgendwie seinen Pulli und so. Ja, aber wollte er nicht. Book me on the economy tour. I'll make your reservation. You can pick up the ticket in a month or two. Oh, super. Can I have the ticket now? Sorry, there's a wait. Hm. Is there anything you'd swap for a ticket? I doubt if you have anything which interests me. Hm. Hm. Do you know a guy called Overman? Never heard of him! Go on. Give me a ticket. I tell you, there's a waiting list! Hm. It doesn't matter. Was noch was anderes zu bereden? Nein! It doesn't matter. Twa. Schade. Tja. Okay. Joey? Joey? Kannst du mir irgendwie behilflich sein? Nein. Oh. Ups. Okay. Hm. Okay, na gut. Vielleicht besucht er komische Seite. Ja! Wäre möglich. Wäre möglich. Oder Joey? Was weißt du über Kunst? Ja. Ja. Ich glaube, mach doch mal. Achso. Oh mein Gott, okay. Dein Gehste halt wieder. Schade. Als hätten wir uns künstlerisch vielleicht mal hier ein bisschen austoben können. Aber gut. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt... Hier, warte. Ding, 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 ding. Die ein bisschen weiter. Aber diese Blumen warst du noch gar nicht. Nee. Oh. Ha. Hallo. Burks... Ah. Pews surgery. Hallo. Hi. Who are you? Can't you tell? Nee. I'm Mr. Cool. Ach. Mm-hmm. Mm-hmm. Nee. Was? Oh man. I asked you about leaving the city, not bodily processes. You're not making sense. Mm-hmm. And anyway, you can't leave the city. Nein, warum nicht? There's a restriction on travel. Ah. Mm-hmm. Okay. That sure is a smart coat. Hm. Yeah. Cool, ain't it? Mm-hmm. It makes yours look like really shabby. Oh man. Where I come from, it's the height of fashion. Hm. Oh, where would that be? Mm. The wild open spaces. Where people know the true meaning of freedom. Mm-hmm. I'd sooner die than dress like that. Oh man. There are more important things than fashion. Only one I know of. And that's poise. Mm-hmm. And you've got the poise of a wildebeest. Pff. On a waltzer. Ai, ai, ai. Das ist aber nicht sehr nett. Joey. Ach so. Tutti. Never mind. Scheinbar nicht. Okay. Was ist denn hier los? Hm. Ah. Okay. Dass man alles so machen lassen kann. Ach so. Hm-mm. Ja. Ist ja auch, äh. Ist ja auch ne Schönheitschirurgie hier. Ich würde nicht meinen Bum beenden, wenn es so sah. Hm. Purer Neid wahrscheinlich. Hm. Ah. Alles unechtig. Ja. Oh. Hallo. Danke für den Hinweis, Merkblatt. Da! Äh, what? Ja! Ah, cool. Äh... Och, lass mal. Ja, ich mein... Ah, so. Danke für den Hinweis. Ich gehöre dir jetzt mal. Kommen Sie nochmal. Ach, lass mal. Joey, bitte. Joey, gehst du mal... Joey, bitte. Also. Ja, erst hier was von Gewissen reden, ne? Ja. Ach so, jetzt lassen wir mal so stehen, ne? Ja, schon gut. Nevermind. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Okay, dann gehen wir mal den unteren Weg. Und ziehen uns hier überall mal um. So, hier ist... Ah, da ist ein Lift nach unten. Das sieht natürlich ganz schön gut aus. Mhm, aber wir waren hier noch nicht überall. Guck doch mal nach. Oh. Hm. Hm. Okay, hier sind jede Menge Pflanzen drin scheinbar. Uh. Äh. Hm. Ja. Mhm. Äh. So. Ja, irgendjemand wohnt da. Ja, irgendjemand wohnt da. Ja, irgendjemand wohnt da. Ja, okay, man kann aber... ...nicht, äh... Ah! Ah! Wir wohnen da! Ja, jetzt wohnen wir hier! Aber wer sind denn Sie? Wie? Wie? Mein Name ist Foster. Wollt, dich zu treffen. Hm. 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 Ach, er wohnt da. Ah. Ein bisschen Nachbarn. Ja. 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 Mhm. 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 Okay. Okay. Ah, ja. Hm, okay. Verstehe. Okay, aber wir können hier erstmal die Wohnung betreten. Unsere Wohnung, ne? Unsere Wohnung. Wir wohnen jetzt hier. Bip, bup. Hey. Trautes Heimglück allein? Es ist nicht groß, aber oh, eine Maschine. Wichtig ist aber, sich zu fragen. Ah, was ist noch in dieser Wohnung? Und wozu sind wir denn da dritten gekommen? Tja. Das und vieles mehr. Erfangen wir in der nächsten Folge.